Das Gericht befindet diese Alpha-Einheit oder auch A-Team genannt für schuldig. Sie wird zu einer zehnjährigen Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Wir sind unschuldig. Wie sieht der Plan aus, Paus? Du hast dich irgendwie besorgt daran. Sie sind für diese Männer verantwortlich. Finden Sie sie. Scheiße, nein. Ich steige in kein verdammtes Flugzeug. Mach schon! Renn mit dir, steig ein! Wir müssen hier verschwinden! Mach schon, steig ein! Ich bring das Team wieder zusammen. Und wie wollen Sie die aufhalten? Nur die Ruhe. Das wird echt aufregend. Ich bin BA. Und bei dir gehen gleich die Lichter aus. Mann, das ist echt ein verdammt nettes Plätzchen. Macht ihr hier Timesharing? Ich bin dabei. Guten Morgen! Er wollte flüchten, indem er einen Krankenwagen kurzgeschlossen hat. Mit einem Defibrillator. Klar! Ich stehe auf den Kerl. Wie gesagt, die Mission ist noch nicht vorbei. Wovon redest du da bitte? Unsere Akten laschen? Wir wurden reingelegt. Jetzt ist Zahltag. Oh, scheiße. Ja, Hannibal. Sie sind die Besten. Und ihre Methoden sind außergewöhnlich. Ich brauche nicht lange. Ich bin gut. Klein sie ab! Macht sie fertig! Geben Sie meinem Team eine Stunde. Wir sind unschlagbar. Das A-Team. Aufpassen! Du hast mein Van platt gemacht. Ich werde dich stünden, du Pfass. Du hättest da eh nicht stehen dürfen. Das waren Behindertenpartner.